Hallo und schön, dass du bei unserem neuen Video dabei bist. In unserem neuen Video wirst du vier weitere Tipps kennenlernen, die du bei einer Rückeroberung zwingend kennen musst, sodass sich dein oder deine Ex nicht noch weiter von dir distanziert. Schaue dir also dieses Video bitte bis zum Ende an und mache direkt danach unseren kostenlosen Ex-Zurück-Test. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Kontaktsperre mit Kind. Vier Tipps, wie es trotzdem funktioniert. Tipp 1. Kontaktsperre mit Kind und wie es funktionieren kann. Wenn es mit der Partnerin oder dem Partner nicht mehr funktioniert, ist eine Trennung die logische Folge. Doch gerade eine Trennung kann in der Anfangszeit zu viel bösem Blut führen. Warum es gerade mit der Trennung sich anbietet, wenn man eine Kontaktsperre einlegt? Kontaktsperre bedeutet nichts anderes, als dass man weder persönlich noch über Handy oder per E-Mail mit seinem Ex-Partner oder Ex-Partner noch redet. Gerade durch eine Kontaktsperre hat man eine gute Chance, mal abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Doch eine solche Kontaktsperre ist leichter gesagt, als sie letztlich auch umgesetzt wird. Das gilt gerade im Fall einer Kontaktsperre mit Kind. Schließlich hat das Kind ein Anrecht darauf, mit dem anderen Elternteil weiter Kontakt zu haben. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, hat auch das betroffene Elternteil ein Anrecht auf Kontakt zu seinem Kind. Das kann sich alleine schon aus rechtlichen Gründen ergeben. Man denke hier nur an das gemeinsame Sorgerecht, was in der Regel die Eltern gemeinsam haben. Da kann man natürlich ein Elternteil nicht gänzlich ausschließen. Ein solcher Ausschluss wäre rechtlich nur dann möglich, wenn ein Familiengericht einem Elternteil das Sorgerecht entzieht. Doch unabhängig von der rechtlichen Situation darf man natürlich auch das Kind bei einer Trennung nicht aus dem Blick verlieren. Schließlich ändert sich für ein Kind von heute auf morgen sein Leben. Ein Kind steht hier immer zwischen den Stühlen. So verständlich der Wunsch einer Kontaktsperre zum Partner oder der Partnerin auch ist, darf diese nicht zum Nachteil vom Kind sein. Das bedeutet aber nicht, dass eine Kontaktsperre mit Kind nicht möglich ist. Diese ist sehr wohl möglich, sodass letztlich alle Interessen berücksichtigt sind. Sei es beim einen Partner der Wunsch nach keinem Kontakt und beim Kind und dem anderen betroffenen Partner auch weiterhin Kontakt besteht. Damit das möglich ist, braucht man eine zuverlässige dritte Person. Das können zum Beispiel die Großeltern sein oder gute Freunde. Soll es zu einem Kontakt zwischen dem Kind und dem getrennten Partner kommen, so erfolgt dieser Kontakt ausschließlich darüber. Gleiches gilt auch, wenn es um Besuche oder um das Abholen geht. Auch das kann über Großeltern oder Freunde stattfinden. Gerade durch eine solche dritte Person ist letztlich gewährleistet, dass man eine wirksame Kontaktsperre hat, da man so zu keiner Zeit einen direkten Kontakt zu seinem Ex-Partner hat. Gerade die Anfangszeit einer Trennung kann man so gut überstehen, bis man den notwendigen Abstand gefunden hat. Und dann kann man auch weitersehen, ob ein reduzierter Kontakt zum Wohle des Kindes wieder möglich ist oder nicht. Natürlich muss man beachten, bietet sich die Lösung einer Kontaktsperre mit Kind nur für die Anfangszeit an und nicht als Dauerlösung. Alleine schon aus rechtlichen Gründen. Zudem wird es auch Anlässe geben, wo sich vielleicht ein Kontakt nicht vermeiden lässt. Man denke hier an die Elternabende in der Schule oder bei Krankheit. Und hinsichtlich den rechtlichen Gründen, so muss man hier die Elternrechte aus dem Sorgerecht und dem Aufenthaltsrecht bedenken. Beides setzt sein Einvernehmen voraus, da kein Elternteil gegen den Willen des anderen Elternteils entscheiden kann. Das macht eine Kontaktsperre mit Kind auch etwas schwerer, aber nicht unmöglich. Aus Liebe zwischen Partnern kann schnell viel Ärger und Hass erwachsen, gerade wenn es um eine Trennung geht. Bei einer Trennung kann es der Fall sein, dass am Ende um alles gestritten wird und es um Schuldzuweisung geht. Möchte man sich das weitgehend ersparen, so ist das mit einer Kontaktsperre möglich. Eine Kontaktsperre bedeutet hierbei nichts anderes, als dass es zwischen den Partnern, zwischen den Eheleuten zu keinem Kontakt mehr kommt. Und das nicht nur persönlich, sondern auch nicht am Telefon zum Beispiel. Gerade eine Kontaktsperre nach einer Trennung kann die aufgeladene Situation beruhigen und entschärfen. So gut eine Kontaktsperre ist, problematisch wird es, wenn Kinder vorhanden sind. Gerade dann stellt sich schnell die Frage, ob eine Kontaktsperre mit Kindern möglich ist. Und ja, auch mit Kindern ist eine Kontaktsperre möglich. Eine Kontaktsperre mit Kindern ist in der praktischen Umsetzung nur deutlich schwieriger, weil man natürlich den Wunsch von keinem Kontakt nicht auf das Kind übertragen kann. Ein Kind hat Anspruch auf beide Elternteile und auch beide Elternteile haben Anspruch auf Umgang mit dem eigenen Kind, gerade wenn beide auch das Sorgerecht haben. Diesen beiden Umständen muss man sich hinsichtlich einer Kontaktsperre mit Kindern bewusst sein. Möchte man jetzt eine Kontaktsperre mit Kindern haben, so gibt es hier verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung. So kann man zum Beispiel Familienmitglieder einspannen, die als Vermittler dienen. Sodass zum Beispiel, wenn die Kinder zu einem Besuch abgeholt werden, die Abholung nicht direkt zu Hause erfolgt, sondern bei einem anderen Familienmitglied. Natürlich funktioniert das in der Praxis aber nur dann, wenn das Familienmitglied von beiden Seiten auch akzeptiert wird. Neben der Akzeptanz von beiden Seiten, die eine zwingende Voraussetzung ist, muss aber auch noch etwas anderes stimmen. So muss hier auch eine gewisse Neutralität und die Akzeptanz der Kontaktsperre vorhanden sein. Es bringt schließlich nichts bei einer Kontaktsperre mit Kindern, wenn man dann stetig vom betreffenden Familienmitglied oder vom Freund erzählt bekommt, dein Ex-Partner hat dies gesagt. Dadurch läuft nämlich der Vorteil einer Kontaktsperre, nämlich dass man von der ganzen Situation Abstand gewinnt, einfach ins Leere. Da man sich stetig wieder von Neuem wieder mit seinem Ex-Partner beschäftigt, obwohl man das gar nicht haben möchte. Gerade aufgrund von diesem Umstand sollte man einen Familienmitglied oder eine Freundin, einen Freund auch sehr bedacht auswählen, wenn es um eine Kontaktschwere mit Kindern geht. Natürlich muss es nicht unbedingt Familienmitglieder sein, es kann auch eine gemeinsame Freundin oder ein Freund sein. Und hat man das nicht oder kann man sich darauf nicht verständigen, so bietet sich hier im Zweifelsfall auch behördliche Hilfe an, wie zum Beispiel vom Jugendamt. Gerade bei einer gewünschten Kontaktsperre mit Kindern können Treffen auch durch die Organisation vom Jugendamt sich anbieten. Der große Vorteil vom Jugendamt ist natürlich, dass man hier eine sehr neutrale dritte Person hat. Anders als es vielleicht bei einem Familienmitglied oder bei einem Freund oder einer Freundin der Fall sein kann. Zudem hat das Jugendamt noch einen anderen Vorteil. Über das Jugendamt kann man nämlich dauerhaft die Fragen vom Sorgerecht, vom Umgang und zu welchen Zeiten regeln. Auch hier kann das Jugendamt wieder die Position eines Vermittlers zwischen den ehemaligen Partnern oder Eheleuten einnehmen. Und das ohne weiterhin Kontakt zu seinem Ex noch haben zu müssen. Denn schließlich muss eine Kontaktschwere mit Kindern dauerhaft geregelt sein, gerade auch in rechtlicher Hinsicht. Durch eine Trennung oder durch eine Scheidung verlieren schließlich die Rechte aus dem Sorgerecht ihre Gültigkeit nicht. Tipp 3 – Kontaktschwere mit Kind Vorsicht bei den Folgen Kein Kontakt mehr. Das ist oftmals der Wunsch bei einer Trennung. Kompliziert wird die Umsetzung von diesem Wunsch immer aber dann, wenn Kinder vorhanden sind. Eine Kontaktschwere mit Kind oder auch bei mehreren Kindern ist möglich. Doch anders als wenn man alleine wäre, muss man bei einer Kontaktschwere mit Kindern wesentlich mehr bedenken. Sind nämlich Kinder vorhanden, geht es nicht nur um den eigenen Wunsch. Auch Kinder haben vielleicht Wünsche und diese können gerade, was den Umgang mit beiden Elternteilen betrifft, ganz andere sein. Grundsätzlich muss man immer bedenken, dass eine Trennung für ein Kind keine leichte Situation ist. Das gilt umso mehr, je älter das Kind ist und die Trennung wahrnimmt. Ein Kind wird sich hier in der Regel immer zwischen den Stühlen befinden, schließlich liebt es beide Elternteile. Und gerade das sollte man bei seinem Wunsch einer Kontaktschwere mit Kindern immer berücksichtigen. Bei allem Wunsch nach Abbruch vom Kontakt, zumal man hier immer auch sehen muss, eine Kontaktschwere mit Kindern kann eine Situation auch deutlich verschlimmern. Das gilt gerade dann, wenn man als Elternteil die Rechte vom anderen Elternteil eigenmächtig beschneiden möchte. Weil, was ist dann die Folge? Die Folge wird in der Regel sein, dass die Wut und die Aktionen vom betroffenen Elternteil weiter zunehmen. Und im schlimmsten Fall ist dann, zu Rechtsstreitigkeiten vor einem Familiengericht kommt. Und das alles ist immer mit den Konsequenz verbunden, dass das Ziel einer Kontaktschwere mit Kindern immer weiter in die Ferne rückt. Weil wenn ich mit einem Ex-Partner einen Streit um die Kinder führe, kann ich auch keinen Abstand gewinnen, da ich mich stetig mit diesem Thema wieder beschäftigen muss. Wenn man daher eine Kontaktschwere mit Kind haben möchte, so muss man dieses von Anfang an richtig anpacken. Und dazu gehört, dass man zu seinem Ex-Partner keinen Kontakt mehr haben möchte, dieses aber zum Beispiel keinen Einfluss auf die Kinder haben wird. Untrennbar damit verbunden ist dann auch eine Regelung, wann das Kind oder die Kinder abgeholt werden. Das schließt die Dauer vom Abholen und die Häufigkeit genauso mit ein, wie den Ort vom Abholen und Bringen. Möchte man hier einen Streit vermeiden, muss man hier auch bereit zu Zugeständnissen gegenüber seinem Ex-Partner bereit sein. Solche Zugeständnisse kann es zum Beispiel bei der Häufigkeit vom Abholen geben. Sonst wird eine Kontaktschwere mit Kind letztlich nicht funktionieren, da es dann nur Streit gibt. Beim Ort vom Abholen und Bringen vom Kind können natürlich Verwandte oder Freunde hilfreich sein, da diese hier als eine Art Vermittler zwischen den beiden Eltern dienen können. Ist das Kind schon älter, kann eine solche Regelung auch entbehrlich sein, wenn das Kind schon selbstständig sich auf dem Weg zum anderen Elternteil machen kann. Gerade durch eine solche Regelung hat man eine wirksame Kontaktschwere mit Kind, aber die Interessen vom Kind werden weiter berücksichtigt. Und ein Weiterleben, eine Rückkehr in eine neue Normalität ist für alle Seiten möglich, ohne dass das Kind hierbei einen Schaden nehmen kann. Tipp 4. Kontaktschwere mit Kindern und wie es geht Trennungen können einen sehr belasten und auch schnell schmutzig werden, gerade wenn es zu Streitigkeiten kommt. Möchte man sich davor schützen, so bietet sich eine Kontaktschwere an. Eine solche Kontaktschwere kann man notfalls auch über den Gerichtsweg durchsetzen, gerade wenn die Streitigkeiten auch in Gewalt oder in Bedrohung umschlagen. Kompliziert wird eine Kontaktschwere immer dann, wenn ein Kind oder sogar mehrere Kinder vorhanden sind. Eins vorweg, eine Kontaktschwere mit Kind ist möglich. Möglich ist diese, wenn man zum Beispiel mit seinem Ex zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, was den Umgang mit dem Kind oder den Kindern betrifft. Ist das nicht möglich oder möchte man es aufgrund von guten Gründen, wie zum Beispiel wegen Gewalt nicht, so muss man den Rechtsweg bestreiten. Das Vorhandensein von einem Kind ist immer mit Rechten für beide Elternteile verbunden. Nämlich auf der einen Seite das Sorgerecht, auf der anderen Seite das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Kann man sich jetzt nicht verständigen, so muss man Klage vor dem Familiengericht erheben. In einem solchen Fall wird dann ein Familiengericht entscheiden, wie die Regelung zum Sorgerecht und zum Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder ist. Hierbei werden die Kinder auch selber angehört, je nachdem wie alt sie sind. Liegen gravierende Gründe wie zum Beispiel Gewalt vor, so kann dieses dazu führen, dass ein Gericht die Rechte entzieht. Es kann aber auch den Fall geben, dass das Familiengericht eine Besuchsregelung trifft. Eine solche Besuchsregelung kann je nach Ausgestaltung auch sein, dass der Kontakt und die Treffen ausschließlich über das zuständige Jugendamt laufen. Wie man sehen kann, ist eine Kontaktsperre mit Kind gar nicht so einfach in der Praxis umzusetzen. Und sollte es zu einem Rechtsstreit vor einem Familiengericht kommen, muss man natürlich immer bedenken, dass ein solches Verfahren in der Regel einige Monate in Anspruch nimmt. Und man hier meist keine Regelung innerhalb von wenigen Tagen hat, außer es liegen dafür sehr wichtige Gründe vor, die eine Eilentscheidung von einem Gericht erlaubt. Gerade deshalb bietet sich ein solches Verfahren auch nicht wirklich an, wenn es um eine Kontaktsperre mit Kind geht. Schließlich würde ein Verfahren zu nichts anderem führen, als dass man auch weiterhin sich stetig mit seinem Ex-Partner auseinandersetzen muss. Und damit geht der Streit und das Grübeln weiter. Man kann keinen Abschluss finden. Man kann daher jedem Ex-Partner, der eine Kontaktsperre mit Kindern haben möchte, auch nur empfehlen, eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn man hier mit seinem Ex-Partner nicht mehr reden kann oder möchte, kann man natürlich durch Freunde oder Familienmitglieder versuchen, eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten zu finden. Mit einer einvernehmlichen Lösung bekommt man nicht nur wesentlich schneller die gewünschte Kontaktsperre mit Kind, sondern vor allem kann man sich Ärger ersparen und vermeiden, dass das Kind zu einem Spielball zwischen den Eltern wird. Weil hier muss man sich immer auch bewusst sein, egal ob man jetzt kein Paar mehr ist, durch das Vorhandensein von einem Kind oder von Kindern ist man miteinander verbunden. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unseren kostenlosen Ex-Zurück-Test, dessen Link du unterhalb dieses Videos findest. Nach diesem Test können wir dir individuelle Strategien und Techniken an die Hand geben und deinen Erfolg auf eine Rückeroberung mehr als verdoppeln.